Was? Der tritt auch aus? Scheiße! So viel hat gefehlt. Er darf mich nicht erwischen. Jedes Mal, wenn er mich erwischt, habe ich zuviel Gift in mir drin. Och Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Aber ich meine, ich habe irgendwo was entdeckt, wo das wunderbar funktioniert. Auch noch da, wo er jetzt ist. Gib mir mal die Erfahrung wieder. Trinken, 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 trinken. Das ist nicht so einfach mit dem. Der ist ja fast so schwer wie das Riesenvieh. Was? Scheiße! Boah, der zerschlägt mich! Ist ja unfassbar! Ich müsste eigentlich irgendwas umbauen erst mal. Habt ihr hier was zum Umbauen? Habt ihr hier nicht, oder? War hier nicht was zum Umbauen? Was? 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 Ich bin schneller kaputt, als es jetzt gerade was bringt? Was ist denn jetzt los? Irgendwie laufe ich gerade in die falsche Richtung. Oder irgendwie läuft das gerade aus dem Ruder. Nicht speichern. Da hoch wieder. Also läuft das gerade aus dem Ruder. Was ist denn jetzt passiert? Und wieso geht es da hinten zwar weiter, aber ich kriege da so dermaßen auf die Mütze? Warum kriege ich denn hier auf die Mütze? Ich gehe mal langsam rein. Au! Boah, der hat gesteckt. Was mit euch... Kackpratzen da los? Und ihr guckt wieder nur hin und machten gar nichts, oder was? Was ist das hier denn hier für... Freaks? Okay, so. Einmal, zweimal. Was schmeißen wir da rüber? Kanade. Bumm. 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 Hat das funktioniert? ja so ein bisschen eher so semi ok das hat funktioniert kriegen wir den auch noch aber spinnst du da geht es nach unten ach du scheiße ich suche eigentlich was ganz anderes aber da geht es nach unten was mache ich denn jetzt machen wir erst das Vieh fertig also das Vieh ist da da hinten links genau und hier geht es eigentlich die treppe runter vielleicht lassen wir das Vieh sein und gucken uns erst mal das hier an oh Gott trick 17 ok schlechter trick 17 gar nicht gut nicht guter trick 17 ach du scheiße jetzt kommen sie noch zu zweit hier hoch okay 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 ja ja super okay ich bin aua und ihr guckt dir da einfach nur zu ich krieg grad so oft hier mit ja 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 fahrig jetzt endlich gut nächster ja 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 so auch weg geratzt oh jetzt ist da unten offen wir hätten ist das unser alter durchgang ja ein wiedersehen ein stadtmensch 3600 ach jetzt habe ich das mit der erfahrung riecht aber auch nichts ok wir brauchen bei der harmonie harmonie ist echt süß balance 71 das ist natürlich perfekt wir brauchen bei der harmonie aber was gegen gift und zwar viel gegen gift nein 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 andersrum das da und das da somit haben wir mit dem schild komplett alles voller gift gegen gift gift ohne hammer angriffskraft magieblock widerstand magie widerstand was haben wir hier was was ist gewöhnlich okay gut dann lassen wir das warte mal was haben wir jetzt da ach nee da können wir nur gewöhnlich nehmen warte mal ah äh 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 entfernen i stimmt hier ist noch die große klasse physische schadens bonus das lassen wir so ist hier jemand der uns ans leder will scheint so dass hier keiner ist das heißt also dass wir da unten speichern können das ist der ja mhm 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 hier war noch was zum öffnen ich weiß nur nicht was und so wie das aussieht hier ist nix drin, es sah nur so aus hat jetzt nichts geöffnet wir stecken da in dem mickrigen gang fest kommst du jetzt mal da raus danke genau was da unten steht doch noch einer hier muss noch irgendwas sein flucht ein kurzschwert haben wir gefunden ok jetzt bringt es herzlich wenig weiter der hieb ist schon hart wo geht es denn jetzt hin ah ok jetzt sind wir wieder hier gottes willen aber moment wenn ich jetzt wieder da langlaufe habe es wieder alle hier liegt immer noch tot da oben so was müssen wir denn eigentlich machen wir müssen noch irgendwo hin findet die kammer der täuschung eigentlich sollten wir wieder durch das tor gehen hieß es doch begib dich erneut durch die wegpforte in steinwehr in der welt der roger und suche den eingang zur kammer der täuschung im verlassenen tempel ist das der verlassene tempel das sieht eher aus wie verlassene burg Das war's für heute. ja genau okay ich muss mich um das grüne vieh kümmern machst du denn da du sollst eigentlich nur dagegen treten sonst nix so die viecher sind auch wieder da ja na klar okay da müssen wir aber nicht mehr hin da waren wir schon drin guten tag erst mal so wir brauchen ein anderes schild und zwar die harmonie weil die beschützt uns jetzt vor dem gift hoffentlich sicher bin ich mir nicht aber hoffen darf man ja mal sehr verehrtes herdentier okay Was macht der denn da jetzt? Okay... Autsch! Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Oh shit! Aber die Idee ist gut, es funktioniert besser als vorher. Wo sind meine Punkte? Komm, Weichnei, komm... Oh shit! Okay... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Also ist doch Anlass! Oh shit! Oh shit! Und weg! Und weg! Und weg! Und weg! Trinken! Und lassen! Anschlag! Und weg! Sehr gut. Und weg. Und weg. Und weg. Jawoll. Das funktioniert ganz gut. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Ah. Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Huh-Ah-Ah- Fahren. Huh-Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Unfall my Nasr. Oh oh. Ah-Ah-Ah-Ah-Ah. Sehr gut. Ja, ja. Und weg. Nee, 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 du trittst nicht nach mir aus. Ja. Und weg. Gut. Oh, shit. Geht, 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 geht. Und weg. Und drauf. Und weg. Jawohl. Und drauf. Und wieder weg. Weiter weg. Jawohl, kann er machen von mir aus. Und drauf. Und drauf. Oh nein, nicht schon wieder. Esselbe Fehler wie vorhin. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, Leute. Eins, zwei, trinken. Dann warten wir halt. Eins, zwei, drei. Drauf. Und weg. Okay, der ist sauer. Eins, zwei, drei. Gut. Und weg, 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 weg. Eins, zwei, drei. Und weg. Jawohl. Dauert nicht mehr lange. Ich lasse mich doch diesmal nur nicht verführen. Man könnte ja schneller zuhauen. Nein, das machen wir nicht. Jawohl, tritt er nach hinten aus. Sehr gut. Fert er jetzt doppelt so groß? Nein. Er rollt. Okay. Yes. Arsch. Oh, nochmal schön explodieren. Nochmal schön den Mund zerreißen, ey. Dankeschön. Dankeschön. Gesundheit. Müssen wir immer ein bisschen pumpen. Begib dich erneut durch die Weg vor den Steinmelden. Wenn ich doch über suche den Eingang zur Kammer der Täuschung im verlassenen Tempel. Wo ist denn der verlassene Tempel? Weil wir sind jetzt hier in der Kirche. Wir haben auch keine Karte, wo wir langlaufen könnten oder so. Wo ist der Tempel? Ist das der Tempel? Das ist für mich die Kirche. So, wie das da oben aussieht, ist das für mich die Kirche. Kirche. So. Soll ich hier runterlaufen? Nee, bestimmt nicht. Ach, du ahnst das nicht. Das sind ja auch alle wieder da. Aber es ist schön, wie sie mich jetzt in Ruhe lassen und nicht gleich angreifen. Gut. Und nun? Begib dich erneut zum Weg vor, zu, durch die Wegpforte, in Steinmelden, die Wilde, der Orga sucht den Eingang der Täuschung im verlassenen Tempel. Ist das das, wo wir da hin, durch die Steinmauer da? Ist das das? Wie sind wir denn da hingekommen? Meinst du, wo ist das noch? Ich weiß es echt nicht mehr. Wenn ich hier zurücklaufe... Nee. Oh, das ist doch die falsche... Oder ist das nicht die falsche Richtung? Das ist die falsche Richtung. Müssen wir nicht da hin? Nee. Am Friedhof vorbei? Durch den Friedhof laufen? Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 Na komm, ein bisschen weg vom Bogenschützen. Okay. Jetzt gehen wir leise um die Ecke. Okay. Müssen wir uns doch hier runterfallen lassen oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ich lass mich fallen. Hier unten geht es 100% zum Friedhof. Das sag ich doch. Okay. Friedhof Nummer 1. Jetzt. Da ist der große Dickel. Eigentlich müsste ich jetzt hier rechts um die Ecke. In das Tor rein. Komme ich da leise hin? Entschuldigung. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wann ich hier schonmal? Kommt mir so bekannt vor. Oh ist das geil. Spiel mit Donzie, der weiß nicht wo wir sind. Ja. Korrekt. Oh Mann. Komm schon. Au. Ach. Ist ja noch so einer. Alter. Ach, der sieht nix, weißt du, aber macht mich sowas von nieder. Unfassbar. Wo sind wir denn hier? Hä? Ah ja, doch, sagt mir was. Ja, genau, okay. Ich hab keine Ahnung, wie es weitergeht. Muss ich da rü... Da stieg jemand. Ah, das war das Ding hier, genau, 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 genau. Hohoho, da hab ich's gesehen. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Oh, respect. So, erwischt. Wenn ich jetzt wüsste, wo es weitergeht. Aua! Oh, fuck. Okay, hier sind wir definitiv falsch. Da geht's nach oben. Oh, nett schon wieder. Was? Zwei Seiten? Aua! Aua! Ich hab schon wieder fest, ich seh nichts, wo ich bin. Das ist das einzige, was ich mich an diesem Game so hasse. Oh, das ist ja noch eine. Noch eine. Alter, jetzt geht's, jetzt krieg ich's auf die Fresse. Das nehmen wir noch mit. Und dann hauen wir hier ab. Tschüss. Nein! Doch! Ah, shit! Hand die Tür auf! Lass mich da rein! Nein! Oh Gott! Oh, da ist noch was. Schön. Da waren wir vorhin. Okay, erstmal Entspannung. Fuck. Okay. Nochmal. Geht's aber, geht meine Maus nicht mehr? Doch. Doch.